Mit den Öffis von A nach B zu kommen, geht oft leichter und schneller als viele denken. Zusätzlich erstellt Kärnten eine eigene Mikrostrategie für den öffentlichen Verkehr. Mikro-EV-Angebote sind bedarfsorientierte Angebote, die den öffentlichen Linienverkehr in erster Linie ergänzen sollen. Sie können als Zu- und Abbringer vom und zum öffentlichen Verkehr dienen. Sie können aber auch dazu dienen, dass man die Betriebszeiten ausweitet. Weit verbreitet ist das System GOMOVIL. Bei GOMOVIL handelt es sich um eine Vereinslösung, die in mittlerweile 38 Gemeinden in Kärnten im Einsatz ist. Wir haben vor einigen Jahren ganz konsequent angefangen, die Angebotsqualität im öffentlichen Verkehr zu erhöhen. Und das darf nicht nur beim Bahnhof oder bei der Bushaltestelle enden, sondern wir wollen auch weniger dicht besiedelte Gebiete mit einem guten Verkehrsangebot erreichen. Und da spielt der Mikro-EV, also der bedarfsorientierte Verkehr, eine ganz wesentliche Rolle. Ziel ist es, den öffentlichen Verkehr in Kärnten weiter auszubauen. Unser Ziel ist es, die Angebotsqualität noch weiter zu erhöhen, insbesondere natürlich im Hinblick auf die neue Choralmbahnverbindung. Es darf aber natürlich nicht sein, dass nur die Bevölkerung direkt an der Choralmstrecke davon profitiert, sondern wir wollen möglichst alle Kärntner Regionen in den Genuss dieses Jahrhundertprojektes bringen.